Das lief über eine Spendenaktion von den Mainzer Netzen eines Mitarbeiters. Wir fahren regelmäßig mit 40 Tonnen in die Ukraine und unterstützen Krankenhäuser, Schulen und dieser Generator von den Mainzer Netzen geht jetzt an eine Krebsstation in der Nähe von Kiew und wird dort als Notstrom bzw. Stromgenerator eingesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.kiew.com